Mission erfüllt. Gut, dass Sie wieder da sind, Sir. Okay. Ryan Lee. Gesundheit oder so. Nee, der schläft. Okay. So, dich befreien wir. Fliegst du hin, da oben? Mhm. Zwei Stück haben wir jetzt noch. Warum ist denn hier nix drauf? Das ist aber jetzt traurig. Oben ist auch nix. Waren jetzt zwei. Nee, war nur eins. So. Schön ist, der läuft halt auch relativ schnell. Also er kann schnell fliegen und laufen auch relativ schnell. Es ist ja meistens so, dass wenn irgendwer fliegen kann, dass die dann relativ langsam laufen. Aber das ist halt hier zum Glück anders. Ich glaube, jetzt müsste sogar unten einer in der Lava liegen. Mein ich mal. So, das war nur sowas. Und wir holen erstmal. Ja, da liegt eine in der Lava. Fand ich damals irgendwie schon lustig. So. Okay, aber. Ja, treff mich nur alle, ihr dumme Pisser. So, dann machen wir mal hier alles platt. So, dann machen wir mal hier. So, dann machen wir mal hier. So, dann machen wir mal hier. Das wäre sehr lustig, wenn man sich damit selbst treffen könnte. Okay. Da liegt noch einer. Okay, das waren sie noch nicht alle. Aber irgendwo liegt hier noch ein Dings hier. Nee, das war noch. Ah. Kann auch sein, dass da noch gleich in der Höhle einer ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gestorben bin ich noch nicht, ne? Ja, gehen wir mal den Weg hier. Vielleicht ist da drin eher noch irgendwo einer. Nein. Oh, das war... Ah. Ah. Das war aber nicht, zu dem ich hin wollte. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Oh nein, sterbe. Tod. Muss ich die jetzt alle nochmal machen? Ah nein, ich muss die alle nochmal machen. Oh. Wo kommst du denn her? Wo sind denn alle wieder hier? Wo komm ich da rein? Ich kann mich eigentlich oft ziemlich gut an die Sachen erinnern irgendwie. Nur das ist irgendwie gerade... Ah, Moment. Man kann irgendwo durch den Boden durch. Ist es hinten bei dieser einen... Bei der Truhe. Da kann man durch den Boden. Durch den Boden! Dann machen wir die jetzt hier nochmal. Allt. Nicht getroffen. Schade. Nimm das jetzt! Oh, ich hab noch Grillkäse. Oh, ich weiß aber nicht, ob der noch gut ist. Grillkäse vom Donnerstag. Ich hoffe mal, dass der noch gut ist, weil der war nämlich sehr lecker. Anders wie der andere, den ich nicht mal hatte. Der war nämlich nicht so schön. Der hat zwar saugut geschmeckt, aber der hat die ganze Zeit gequietscht an den Zähnen. Also die ganze Zeit. Sonst ist das ja manchmal, man beißt drauf, dann quietscht er immer. Aber wenn man die dann irgendwie so zwei, dreimal kaut, dann ist das nicht mehr so. Aber das war echt nicht... Das war ja nicht schön, nur. So, jetzt muss ich mir einen Nachschub holen. Das ist jetzt ein Glück direkt hier vorne. Ach man. Warum musste ich denn sterben? Weil ich zu fauber nicht war. Weil ich zu faul war, mir meine Energie aufzufüllen. Haben wir den hier oben gerade schon gemacht? Ja, das sieht so aus. So. Hier wollen wir auf jeden Fall lang. Nein, warum... Och, komm. Hier wird überhaupt nichts gespeichert. Bereit, bricht zur Schatten, Sir. Das ist hart schon. Och, Leute. Mir fehlt noch... Irgendein oller Morro fehlt mir noch. Ich flieg mal zum Ende, äh, zum Anfang zurück. Kann ja sein, dass da noch einer ist. Wie lang? Nee, hier ist keiner. Ah, da oben war noch einer. Da oben. Wie bist du denn gestorben? Okay. Da oben war noch einer. Ganz oben. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Da. Ah, da haben wir doch. So, dann befreien wir noch mal unseren Spacko hier. So, du. Ja, mit dir brauche ich nicht zu Quass, dass du eine andere müsste. Fuck. Bist du hinten sein. Gib Gaisen. Soll jetzt bloß nicht getroffen werden von irgendwelchen komischen Typen. Da. So, erstmal. Wichtig. Wichtig. Okay. Roy. Roy. So, haben wir jetzt hier alles? Ja, sehr schön. Ab nach Hause. Abrakadabra. Simsalabend. Hm. Mist. Abrakadabra. Wir sollten ihr helfen. Du scherzt wohl. Sie hat dich beinahe geröstet. Ja, aber sie zielte auf dich. Ah. Ah. Ja, aber sie hat dich beinahe geröstet. 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 Ähm, danke. Keine Ursache. Du hattest Glück, dass Jäger da war. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sicher kannst du das. Soll ich es dir beweisen? Ähm... Wohl keine Zauberkraft mehr, wie? Soll ich dir Staat Hilfe geben? Ha, um dich kümmere ich mich später. Hey, warum musstest du sie vertreiben? Weil die blöd ist. So. Dann hätten wir das auch fertig. Machen wir jetzt die Zaubertürme oder dieses Eis-Level? Ich glaube, wir machen die Zaubertürme, weil das ist relativ lang. Und danach machen wir da wieder Schluss. Wenn Mr. PlayStation mich denn jetzt hier nicht verlässt. Dankeschön. Also speichern dauert irgendwie lang. Weiß auch nicht warum. So. So. Zaubertürme. No. No. Vielen Dank.